Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Games, wie auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Abo-Game. Und ich befinde mich nicht alleine im Test, sondern ich habe vier Mitspieler, die ich gerade gemutet habe. Dementsprechend werde ich die gleich entmuten und lasst das Chaos sozusagen beginnen. Gut, ich habe meine Ansprache gemacht, das könnt ihr euch eigentlich vorstellen. Am besten erst einmal der X.E. Pudding. Hallo. Kannst du auch noch mehr dazu sagen? Ja, was denn? Vielleicht warst du Mainz, vielleicht noch dein Alter und ein Name wäre gut vielleicht. Also ich main Renga, bin zwölf Jahre alt und ich heiße Daniel. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt der Gamer Paul dran. No, ich main Torplane, heißt J-Star, oder sowas in der Richtung. Äh, heißt Paul und bin 17 Jahre alt. Wie geht's machen? Ja gut, ich bin, ja, wie man halt sieht hier, V2 Side Tricks. Ja, heiße im Real Life Lukas, main normalerweise Midlane, beziehungsweise Jungle. Jo, und bin auch 17 Jahre alt. Und wie man vielleicht hört, komme ich aus Brandenburg. Jetzt fehlt nur noch der Special 3, 2, 1. Ähm, also ich main Jungle. Äh, ja, heiße Mehmet, bin 13 Jahre alt. Gut, und damit wäre die Selbsthilfegruppe eröffnet. Das hat sich wirklich teilweise so angehört. Habt ihr noch niemals so einen Film angeschaut, wo sich so eine Selbsthilfegruppe vorgestellt hat? So einen Kreis und dann, so ungefähr war das. Ja, was sind deine Probleme? Ja, ich bin Alkoholiker. Meine größte Laster ist League of Legends. Meine polänische Schwester, äh, was ist mit ihrem PC los? Ja, die, äh, spielt auf dem Toaster. Im PC weggeschmissen, spielt sie auf dem Toaster, so, ja. Die muss gerade ihren Hamster auswechseln. Nee, die hat, äh, Mäuse. Die hat Mäuse, genau. Es wird schon wie so, jetzt, jetzt wie Wüstenrennmäuse. Technik. Ja, du bist begeistert. Oder Solar, es ist halt bloß dunkel draußen. Ja. Ich merke schon, für Unterhaltung ist ja gesorgt. Ja. Da schenkt sich irgendjemand irgendein Getränkrad ein. Wasser, was auch immer. Tee. Tee, sogar noch. Tee, Wasser, Tee. Ganz grob hier. Ja. Es holt am besten gleich noch sein Monokel raus. Heik schon raus. Unser Team ist nicht Triad. Warum? Die haben auch kein schlechtes Team, die haben... Galio. Ja, die haben eine Schwester. Die haben eine Schwester. Ja. Also, wir sind doch ein schlechtes Team. Und wir haben Paul. Wir, wir... Ja. Ja, genau so. Irgendwie genauso schlecht, eigentlich. Äh. Erstmal gucken wir jetzt. Ein bisschen Bronnungen für drei Minuten, von daher. Ja. Findest du's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich hier sagen soll. Na, keinig verstehen. Aufs Matchup möchte ich eigentlich auch irgendwie nicht eingehen. Ein paar Witze erzählen. Ja, fang du an, bitte. Nee, ich... Ich kenn keine. Siehst du? Hauptsache vorschlagen, ne? Ja. Ja. Ich komm im Laufe her. Genau. Oh, jetzt komm mal lang. Die Gegner haben keine Geflouwers. Doch, haben sie. Doch, Galio. Galio. Was ich sehr exotisch finde, ist, dass Zona mit hier spielt. Ja, das ist wegen der Sicherheit. Da muss ich dich auch überhaupt nicht verräten. Ja, die... Die weiß halt, dass... Das ist wegen der Sicherheit. Ey, die weiß halt, dass Paul keine Skillshorts trifft. Und auch kein Exos. Was ist das? Exos. Das ist guter kann. Die ist genau amerikanisch. Und daher kein Exos. Weil... Das ist wegen der Sicherheit. Bestimmt nebeneinander so. Aber spielst du? Genau. Du bist genau neben mir. Guck mal, wenn er auf der Winnie mehr probiert. Guck mal auf deine Tastatur. Na, jetzt geht los gleich. Mehr Prozent sind erreicht. Ja, meine Tastatur kann mir auch nicht so sagen, die ist gerade momentan verbuggt. Wie immer. Momentan. Seit dem Patch. Ja, der Patch ist so scheiße. Seitdem habe ich immer bloß High-Ping. High-Ping. Momentan geht es doch bei mir. Ich habe 38er-Ping. 21er-Ping. Okay, der eine lebt anscheinend gerade neben dem Server. Immer noch. Nein, Mann, ich... Mein 130er-Ping geht wohl nicht mehr weg. Der Daniel lebt einfach im Server drinnen. Das ist die logische Schussfolgerung. Es ist der Server. Es ist der Server. Es ist der Server. Malte, er könnte es ja passen. Paul Warte. Nein, Paul, du wartest nicht. Wow. Willkommen zu Summoner's Rift. Wo startet unser Jungler? Oder in die Kuh, die schon hochfällt. Bin afkar. Sehr gut. Natürlich. Afk zu sein ist immer gut. Du sollst in Kassel gehen. Du hast ja nicht viel fliegt davon. Dann kann man nicht fliegen. Natürlich bin ich nicht afkar drin. Dann beginn afkar. Ne, keine Sorge. Ich geh's afkar. Gut. Ich geh'n zu einem Minionspawn. Seht dich, Greg Porte schon. Jetzt und stoppen. Das ist schon. Na super, jetzt muss ich wieder gegen Adrian spielen. Das ist so nervig. Boah, er für 100 Gold drückt. Okay. FF, FF, FF. FFC funktioniert nicht. 100 da. Er hat 1000 geg минут. 1.000. Wir hätten 100 auch schnell erreicht. Hm, Infinity Edge bin Level 1. Ich bin jetzt schon rausgehauen. Ich verarsch bin oder ihn. Oh Gott, bin ich dumm. Ja. Ja. Who dares defy my will? Halt F. Jens da rein. Ich hab's gemacht. Richtig gut. Hat's fasziniert gemacht. Ist jetzt bloß, dass wir denken, aha, die setzt hier so, Sir. Die, die, blöb. Ja, genau. Die will bloß denken, die will bloß, dass wir denken, dass sie keinen Flächen hat. Das ist. Genau. Das ist Maskely Place. Ich bin ja wahrscheinlich aggressiv. Paul, nimm dir die Farm. Ne, nimm den ersten. So, oder? Ja, klar. Wahrscheinlich krieg ich nicht. Wollte ich nicht trocken. Ist das denn geil in Ruhe? Ist das denn geil? Ist das denn geil? Oh, der Damage. Oh, da, da brauchst du auch den Flügeln drauf. Doch, jeder aim. Oder du ihn kriegst. Ich bin ja, der Lüste sieht die ganze Zeit aus. Oh, du, 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 du. Du, 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 du. Irgendjemand löst hier die ganze Zeit aus. Oh, die geht gleich raus. Auf. Ist drauf. Ja, das war erst bei die Wave raus. Das ist relativ groß geworden. Na gut. Wo ist er hin? Ich frage. Ah, unser Vengard first buff geholt. Top no flash. Ich versuche den Rosen zu kriegen. Mein Gardo ist weg. Die Wave ist so übel geworden. Wo soll er jetzt ganken? Ich könnte zu botlen. Der Baros hat aber kein Escape. Ich bin aber noch nicht weggegangen. Die Soda, die Soda. Was hat die für ein Icons? Ja, die baut immer so Müll. Das ist mein Schwester. Die bauten müssen gerade so. Ach, lass sie doch. Sie hat sich Spaß daran an. Ich war noch nicht back. Ein sicherer Killer. Und wie ist das Matchup gegen Galio? Wir machen gar nichts. Wir farben nur. Der Trash. Ja, sehr aufgehört auf Tum. Verdun. Manchmal so du verpackt mit Reden und Trash, manchmal löst du aus, manchmal nicht ey. Also der ist bei... Warst du dir jetzt sauber, alter? Kann ja nicht sein. Ey, ich hab einen Scheiß-Ping mal. Ich beessen, Scheiße. Ping ist gut aus, jetzt scheiße. Warte einfach. Warte einfach. CS hat er? Ja, CS mäßig. Gagio ist gerade... Am Braum vielleicht? Kommt er runter? Kann sein. Ja, ich mach schon... Ich hätte sogar eine Mike hier. Gagio vor Level 6 ist sowieso nicht so gefährlich. Naja, das stimmt. Ich geh weg und kassiert. Komm out. Ich leg mal eine Ping-Word für dich. Hau doch nicht mehr in den Hologramm, weil du spinnst. Also... Ist schlecht. Ich weiß nicht, warum hat jetzt der Dreh dich nicht ausgelöst? Oder so, jetzt? Weil, bei... Trash... Es löst aus. Bei normalen Nahkampf-Auto-Wilder exekutiert wird. Und Trash hat keinen normalen Nahkampf-Auto-Wilder exekutiert. Und Trash hat keinen normalen Nahkampf-Auto-Wilder. Deshalb exekutiert wird das nicht. Ist so sch... Du kannst auch nicht. Und dann müssen wir ihn wirklich voll gestacken denn damit. Ja. Out-Wilder. Ja, wir geben uns hier grad in der Mitte ziemlich die Schelle. Das sieht man. Ich hab den Boot drin. Lass sie einfach mal rauspushen, Paul. Aber jetzt bloß Lars, und... Man kann bei nachher später mal wieder ganken. Komm, so wie wir die pushen. Ich probier's nochmal. Soll ich Top-Count? Ach, ich meine Mitte. Ne, brauchst du nicht. Ist alles locker gemacht. Top. Braucht keine Mitte. Ich könnte mit Flash und so, aber... Mann, wie groß die Wave ist. Ich warte einfach ein bisschen. Komm einfach nicht Top-Ich-Freeze machen. Und das ist gut drin. Ne, ne, ne. Warum startst du den? Da push dich nicht. Aber gut für dich, weil der nicht viel mehr Farmer hat, als du. Und du jetzt die Wave mitnehmen kannst. Na, er geht's back. Und den ja... Special, lass mal gucken, ob der Rapper da ist. Oder Warden. Boah. So, Warden. Ich hoffe, ich hab die da hin wieder. Lass uns mal ganz dreist irgendwo campen. Mann, meine Rucks sind höher. Ich geh hier rein. Ich geh hier rein. Geh mal rein. Na, der Galio. Ich geh Riven, Riven. Komm, komm mal mit. Weil. Ich? Ja, ne, weil. Ne, weil. Na du und weil. Okay, der läuft ja weg. Warum kauf nicht die Riven? Ich gucke mal. Wahrscheinlich will sie auf Hydra bauen. Der Galio ist ja mal weg. Das ist das Dope mit weil, wenn ich Top nicht ganken kann, dann muss ich einfach fahren. Ah, die hat Burak bekommen. Ähm, der Galio hat Burak bekommen. Das ist nicht so gut. Das war nachher wieder Bottom-Tunch. Jo, ich komm, Flash-Ult, also. Oh, fuck. Na ja, die Ulti war bad. Na ja. Na ja, Flash hab ich noch nie mal gebraucht. Na ja. Wäre ja gut, ich hab meinen Bug ja getroffen. Mhm. Oh, da kriegt der H6-Spot. Kannst gleich noch mal kommen, hier können wir killen. Naja, jetzt lass. Push durch. Meine Hooks mit 140er Ping wird schon spugeln. Hau die Ducht am besten weg. Wahrscheinlich 2000 Gold. Jo. Da liegt ja. Das ist gut, ich schätze. Naja. Naja, der Pusht einfach mich. Und den Tower Run. Du hast keine Ult mehr? Okay. Ne, ich bin einfach nur so rumgegangen. Ulti hab ich schon im Bot. Der Gabriel geht dir nach. Ich bin uuuh. Na, geh weg da. Der hat noch Ulti. Der hat noch Ulti. Und ich hab keinen Mana mehr. Ja. Was bringt denn den da? Okay. Man muss ja warten. Die Ward ist relativ cool. Ne, sie guckte nicht. Sie war neulich mal back, ey. Nein, mein Schwester guckte. Die Ward ist nicht wirklich. Ja, dann kriegst du ja eben gleich Blue, ne? Ne, ne. Ne, ne. Ich bin mal ruhig. War jetzt sowieso Mana angrig. Ich komm noch ein Geilgut gleich. Ich hab noch mehr CS als er. Passt zu weit. Das klappt. Ey, das ist doch nicht jetzt. Was will denn da mit den Larsen, Alter? Ja, ich will den eigentlich. Weil ich die Kürme. Alles klar. Oh, scheiße. Hol den, hol den. Mit Relic, ey. Nein, ich will den holen. Nein, ich will den. Ich glaube. Die krieg ich glaube ich mal nach. Tun uns, wenn einer hier ist. Tun uns, ob einer hier ist. Jetzt habe ich einen Stack auf dem Relic. Jetzt müsste ich ihn ja eigentlich bitten. Aber warum? Du könntest ja exekuten, weil du halt ein Pferdkämpfer bist. Du musst dann, was musst du denn eben durch die Stack ist? In die passive und dann den ersten Relic aktivieren. Na ja. Dann, dann. Ist das so rot. Gut. So oft spielig jetzt schwächen. Ja, in der Mitte spielt er total passiv. Äh. Lass sowas. Oh Leute, der Ulti war gut. Er könnte roam gehen. Runter. Geh weg, Power. Vielleicht mit der Q-Kriff ist... Aber gut, ich warde mal. Warte mal, pass auf. Ja. Geh aber gleich nochmal raus. Komm, Warte. Warte, 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 warte. Ja, warte nicht. Er hat gewartet. Ja, hier drin ist ein Wart. Da wirst du mal gecarried, Seth. Da wirst du mal gecarried, Seth. Immer, oder? Wenn dann die Schwester wieder da paulen. Geht zum Glück. Oh, oh. Ah scheiße, dieses Ding da voll. LOL, ich hab ein... Wow. Ich hab grad einen richtigen Deck gehabt. Ich hab die EOS selber. Das sind die besten selber. Ja. Ich hab die EOS selber. Das sind die besten selber. Ja. Ja. Ich hab die EOS, das ist ein Q. Ich hab die EOS gejogged. Ich hab die EOS gejogged. Ich kopflege nochmal. Na ja. Also, ihr seht wieder. Jawoll. Mein EOS nicht voll ist, Seth. Komm. Freie Spieler versuchen so lange zu machen, wie das hier erachtet. Gott. Schade. Ja, der ist... Oh, den können sie killen, Alter. Ah, geflasht. Crap. Der Deutschmechanik ist ja nicht der Profi. Ja. Paul. Was willst du denn? Du hast ihn sie getroffen, oder was? Paul. Erstmal treffen lernen. Nein. Das ist aber so eine Sache. Ne. 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 Das ist meine Schwester. Die kann ja nicht so brutal sein. Die muss ihr erstmal eine Chance geben und dann... Machst du ganz fließen. Sonst gibt's die Ärger in der Familie. Genau. Das war wie gesagt. Kommt wieder der Vater an. Er hat keinen Flash mehr, ne? Ja, vorerst die Lesung. Nice. Gut gemacht. Easy. Sag am besten direkt. Ich bin der Sohn. Wenn du da stehst. Boah, wie gesagt. Die hat übrigens Schien. War total behindert. Wer? Na, sohne. Hm. Die ist da. Die baut eh nur... Die baut eh nur Quatsch. Die baut First Item, wenn ich mich nicht ganz immer täusche. Die baut sie als erstes Item, ähm... Ist sie Lichband? Oh... Kein Six ist da, ich hab ihn nicht gesehen. Oh... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der tut sich ihn doch. Die kriegt er locker. Hatten Gangster. Ne, ne. Der Crazy. Boah, da steht immer noch in dem Busch drinnen. Und ich seh den da. Oh... Der hat doch mit drauf. Ich hab ihn nicht gesehen, aber alle haben das ganz gute draufgelegt. Ich fahr mich jetzt die ganze Zeit durch und trotzdem bin ich erst Level ab. Die Deffen uns an Pinkboard, egal was passiert. Dann geh weg. Wenn ich PP würde ich mich dran zu fühlen. Oh lol, der wird doch wahrscheinlich, der Brossi. Boah, also... Komm. Du bist ja eigentlich so schlecht, Paolo. Perfekt. Danke. Easy. 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 Hilfe. Ich komme. Komme. Ich bin auf dem Weg. Oh, du brauchst nicht mal Hilfe. Siehst du? Easy. Hilfe. Hauptsache erst... Hauptsache erst... Hauptsache erst mal Hilfe. Ich meine... Ich... Ich... Mir ist aufgefallen, dass ich nur Ulf rack. Also... Wir stehen 9-0. Was ist da los, Leute? Hört mal auf, die armen Leute zu racken. So wie gestern. Ja... Mit Fiora gestern, oder? Ja... Hat Ulf schon... Hat Ulf schon erzählt, ey. Wir sind so richtig striken hier. Ganz schön große Klappe, die Gegner. Ganz schön große Klappe, die Gegner. Ich war auch zu late. Hätte Ulf schon weg? Ja, weg war ich. Ja, weg war ich. Das ist schon mal links gut. Ich brauche nichts anderes außer vorne. Ganz schön. No problem. Oh, kann ich ihn haben? Ja, ich habe einen. Baus ist er das erste. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Danke. Der bootet zum Kha'Zix? Ja. Du kannst den Gaiju abholen, der hat noch immer keinen Flash. Ich habe Ult, ja. Warte, ich habe Ult in 10 Sekunden. Aber wir können reingehen. Ich habe zwar keine Ult, aber... Ah, zu dritt. Hol den Kha'Zix. Na. Sauf, ich dachte, dass er dich noch ultet. Ja. 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 Kann ich mal Drake gehen, oder? Oh, Trichard geht. Ja, aber auch noch vorne, ne? Ja, aber auch noch vorne, ne? Ja. Der Frost hier. Und einer. Boah, ich gucke einfach. Ja, die Q, die macht gut. Demacia. Paul lässt ja uns treffen. Hey! Ich muss ihn Hoffnung machen. Baits. Machen wir Drake. Ja. Ja. Ah. Pass auf. Er hat mich getroffen. Wo sind hier zwei Boards drin? Bring der sich ein. Na, du musst auf die andere Seite gehen. Oh, ich gehe auf die andere Seite. Ja, okay. Ich gehe auf die Seite. Good Job, Team. Good Job. Das macht der schon. Oh, der Barber versteht schon wieder. Alter, das ist so eine Range, Alter. Da bekomme ich gar nicht klar mit. Ja, das ist schlimm, wenn Leute auf Range etwas schießen können. Ah, das ist ja nervig. Die Schwester schiebt wieder AK, oder was? Ja, die lachen sich das gegen. Guck, die Schild haben, die Treturit. Ja, die haben wir Sachen gemacht. Ach, komm doch. Nicht so Tryhaden, ganz ehrlich. Der Gegner ist schade. Jetzt ist mein Freund. Der regt wahrscheinlich gerade richtig auf. Tryhaden. Der ist eigentlich besser da, als ich denke. Mir ist einfach nur meine Schwester relativ schlecht. Der wollte unbedingt gegen mich spielen. Da kommt Galio. Ich komm jetzt, ich komm jetzt. Fang ab, fang ab. Weiter, 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 weiter. Alter. Alter. Ja, das ist die Galio-Ult. Äh, lol. Der kann mit Galio-Ult, der kann mit, äh, äh, Zona-Ult und der kann auch mit Varus-Ult. Ja, die Fieder. Ja, die Fieder. Ja, mach Fetter, mach Fetter. Ja, mach Fetter, mach Fetter. Aber du hältst nicht zurück, oder? Boah, Alter! Den kriegst du, oder? Naaah. Man muss die... Es muss die Rimmel. Oho. Pass auf, warte. Okay. Nee. Der Kill war's wert. Der Kill war's wert. Werth. Werth, immer Werth. Wir haben jetzt drei Kill. Wir haben irgendwie die da zunehmt, Alter. Immer diese Viecher hier. Ja. Warum letzten Fahrrad haben wir drei Tote? Wer ist denn so oft gestorben? Jeder Einmal. Es ist doch keiner mehr als einmal gestorben. Also die Bottom und der Janga, für den war's aber hier rum, Werth. Werth. Alles Werth. Sagen wir so, es geben die Gegner wieder Gold. Es ist zwar böse, irgendwie, aber... Es hat die Wahrheit, teilweise. Nur weil wir klingen wieder Gold, weil sie nicht bekommen haben. Sie sind wieder Gold wert. Und wir. Wir sind immer Gold wert. Wir sind ja alle noch im Leben. Ich hab's praktisch. Ich hab's praktisch. Ich hab's praktisch. Ich hab's praktisch jetzt. Großer Paul. Dreh. Wertlos. Ich hab's praktisch. Ich hab's praktisch. Null Gold, wenn ihr mich geht. Alter. Dreh. Aber Diven will ich die ohne Scheiße nicht. Ne, der braucht nicht. Ach, kommt. Gib dir nochmal eine Chance. Dive sie einfach. Dive sie einfach. Dive sie einfach. Ich hab das hier immer wieder eine Chance bekommen. Unten ist hier ein K6. Ja, hol den K6 halt. Ja, ist gut ersprungen. Ja, okay. Oh mein Gott. Fangen sie ab. Ja, komm, wir laufen durch hier. Fängt ab. Fängt ab für mich. Also, ja, das war glaube ich ein bisschen übertrieben, oder? Ja, so ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Ja, auch okay. Ja, da ist es geworden. Hast du nicht gewartet? Ich mach mal den Wind Tower. Ich scatle nämlich auch noch mit. Was ist eigentlich mit Würfen los? Die spielt hier irgendwie nicht so mit. Die ist nicht, die ist glaube ich nicht so gut. Hm, ne, die bohrt das schon auf Rüstung. Ja, die hat Angst vom Renga. Ja. Okay, Trinity Force Renga auch mal, was interessant ist. Alter, warum ist da unten nicht drin? Das braucht man doch nur. Hm, eigentlich braucht man ja Hydra als erstes. Weg dem. Weg dem Spellblade. 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 Ich komme, ich komme. Ja, bitte noch mehr schladen wir. Mit deiner Kuh. Los, beta. Beta. For the Glory. For the Glory. No, ich darf nur noch rein, ich darf nur noch rein. Weg dem Spellblade. Ich wollte das nichts haben. Oh, was? Galio geht's, weh. Ich mein Galio ist es. Wer ist Galio? Na ja, kannst du irgendwie ein Galio einfach bloß. Ja, Galio ist geil. Ja, Galio ist geil. Ich bin mein geiles Fester, ich bin immer noch. Das ist so lustig. Wenn man gegen Quartus oder spielt der mit dem Galio Schild. Hau mal mit Galio Schild rum, wenn die Ulti kommt, ey. Du kriegst sogar noch Leben dafür. Das ist so lustig. Ich counter jungle den Karten. Ich hab quasi alle seine Buffs gemacht. Also hier. Nee, der hat nichts mehr. Ich hab auch seinen Red Buff das hier gemacht, das hier gemacht. Full damage, J-Force auch richtig stark. So Leute, wo seid ihr? Alle, wir gestorben. Alle beide. Ja. Vor der Glowry, nicht wahr? Vor der Glowry. Vor der Glowry. Vor der Glowry. Boah, ich hab fast genau die Unterstützung mit dem Support, Alter. Ist eigentlich traurig. Ist halt wirklich traurig. So was 3, 2, 7. Gibt's sogar Zwickler? Ja, das ist einfach. Das ist eine ui Scheiße. Jetzt lass mal die Turtles zerstören. Versuch mal die Wölfe zu töten. Ich nehme mir den Blue-Buff ins Recht ist. Ja. Doch die Wölfe haut nicht ab. Ja komm, die kommt sowieso nicht mehr weg. Hast du schon eine Ferocity? Ja, die kommt nicht weg. Wenn du das richtig machst. Die nächste Wave Compound, hau einfach deinen Ulti mal rein. Oh, einfach das Ulti sind. Wo die Rhin? Hast du. Zack. Und weiter pushen jetzt hier. Zack. 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 Wir können Larsen wegen dir halt. Ich weiß nicht, dass er Larsen ohne Snacks ist. Das freut mich natürlich. Können die gleich bleiben. Warte kurz. Wir sind sehr glücklich. Das ist ein Brony. Wir haben keinen Flas. Lass mal das nur tower. Ich war nicht gefällig. Ein Flas. Passt auf, Galio kommt wieder, ne. Wer bin einer. Ich komme wieder abgefahren. Wir sind jetzt hier dritt rund. Oh. Ja, ok. Ich hab grad was aufgemacht, ich hab mich aufgemacht. Ich komm, bottom diven, bottom diven. Los, dive, dive. Voll der Glory. Oh, wir brauchen nicht mehr Diven. Voll der Aufschluss, was? Voll der Glory. Voll der Glory. Ich war sogar von Worf, der Thresh hat die Carry. Der Thresh hat die Carry, eindeutig. Voll der Glory. Voll der Glory. Taul vom nächsten Wave, du. Taul, ich brauche mal. Was? Was? Ich geh AFK erst mal jetzt. Der will gerade Diven. Er hat ihn mir doch nicht bieten lassen hier. Oh, Diven ist bottom. Der ist überhaupt nicht, die machen mir auch keinen Schaden. Kajo ist auch bottom, ich will weggehen. Kajo ist hier. Ich komme, so schnell ich kann. Mach mal Drake. Ich mach auch extra das schöne Jungs für euch an. Er ist los aber brutal, ne? Geh einfach, Paul. Ich hab Ulti ab, ne? Ich komme auch, ich komme auch, ich komme. Voll der Glory. Leute, voller Glory. Oh ja, was? Oh ja, was? Ach, Mann, Mann. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Gut, ich hab's hier. Oh, kommt sie zu mir. Sag mal, nein, 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 nicht angreifen. Obwohl... Nö, ich greife sie nicht an. Puh. Bereit. Na, warte. Get rekt. Haha. Get rekt. Und der Trash nimmt sie gekickt. Der Trash nimmt nur zwei der Carry. Okay, wir haben auch den Rack bekommen. Ja, wir haben auch den Rack bekommen. Ja, wir haben auch den Rack bekommen. Nein, ich dreiharte nicht. Du hast mir alles weggepickt, was ich picken wollte. Ich weiß nicht, was... Hä, ich hab nicht mal gebannt. Ich hab nicht mal gesagt, was gebannen soll. Ich wusste nicht, was ich spielen sollte. Ganz ehrlich. Und dann nimmst du einen Hardcounter. Hättest du wieder die Sandra haben wollen? Wollen wir auf jeden Fall besser gewesen, als du. Hardcounter... J4 Hardcounter gegen Galio Mitte. Ja, warum? Ich muss den Nahkampf kriegen. Ich hab keine Mobility aus deiner Ultras zu gehen. Es kommen erst mal wieder alle gejoint. Nee. Ich hab keinen rein in der Form. Ach so. Ja, da fehlt noch einer, ne? Der ist jetzt alleine. Soll ich ihn reinziehen? Nee, kannst du auch reinziehen. Oh. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich das upload, weil das war wieder so ein Stomp. Und eigentlich möchte ich sowas nicht hochladen. Na, nicht so scheiße, weil du mal drei Hardcounter musst. Das steht in Stand 278. Ich glaub, das lädst du mal lieber nicht hoch. Ja, eigentlich sowas ist wirklich ein bisschen abartig. Ich hab mich eigentlich relativ gefreut, dass ich ohne Gangs wirklich nie gestorben bin. Genauso außer einmal. Ich hab auch nicht richtig gespielt. Ich hab mich einfach farmen gelassen. Mich hätt ich auch. Ja, ich hätt ich auch. Das war lustig. Das war richtig lustig. Ich hab einfach QE reingemacht. Ja, ja. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab keine Kill-Brush auf dich gehabt. Ja, ja. Ich weiß. Gut, Leute. Dann hab ich einen Cut. Und wir sehen. Obwohl. Wollt ihr noch was sagen? Ja, das wird nicht gut geladen. Treasure the carry top. Carry support. Vor der Glory, Leute. Vor der Glory. Vor der Glory. Gut, Leute. Falls ich das hochlade, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, Leute. Ciao.